Was für Musik hörst du denn am liebsten beim Feiern gehen? Am liebsten Elektro, Techno, sowas in die Richtung. Beim Feiern gehen, was hörst du denn da am liebsten für Musik? Ich würde sagen am liebsten Haus, vielleicht ein bisschen Pop. Eher Black, R'n'B, was halt immer geht sind Charts, das ist klar. Am liebsten Haus, aber ich finde die Mischung macht es auch. Und was hörst du denn so am liebsten für Musik beim Feiern gehen? Hip-Hop. Hip-Hop ist das Beste. Techno-mäßig, also mit Hip-Hop kann ich beim Feiern gar nichts anfangen. Hip-Hop? Ja, auch Hip-Hop, Elektro. Am liebsten aber auch mal ab und zu wirklich was, was nicht immer alltäglich kommt. Also nicht immer die Standardschen wie David Guetta oder so. Ich höre gerne Musik, zu der man einfach nur tanzen kann. Welche Musik geht gar nicht? Schlager. Ich meine Elektro eigentlich nicht so, aber man könnte schon Schlager hören. Also Rock, das ist nicht so meins. Was gar nicht geht, ist Elektro. Also das geht einfach auf Dauer nicht.